Der große Dahlmeierpreis ist das wichtigste Rennen der Galopp-Saison auf der Rennbahn in München-Riem. Es ist eines von zwei Gruppe-1-Rennen, die der Münchner Rennverein austrägt. Und es zieht absolute Spitzenrennpferde an, die sich über die 2000 Meter Distanz messen. Das Teilnehmerfeld wurde kurz vor Meldeschluss noch um das französische Pferd Scaletti erweitert. Der sechsjährige Wallach wurde für 10.000 Euro Einsatz nachgenannt. Seine beeindruckende Bilanz bei 17 Starts, 14 Siege und zwei Platzierungen. Es ist immer schwer, hinten zu bleiben und Ruhe zu bewahren. Aber ich habe das Pferd in der Hand und ich will von Anfang an gewinnen. Ich habe nur auf den Moment gewartet, bis der Führende ein wenig nachlässt. Ich wollte die ganze Zeit dranbleiben, damit ich nicht zu weit zurückfalle und dann mein Pferd bitten muss, etwas Unmögliches zu schaffen. Lange hatte die Stute Tabera das Sechserfeld mit viel Tempo angeführt und auch anfangs der Zielgeraden lag sie noch weit vorne. Doch dann drückte Scaletti dem großen Dallmayer-Preis seinen Stempel auf. Überlegen siegte der französische Gast und sicherte sich die Siegprämie von 60.000 Euro. Seinen Status als internationales Spitzenpferd hat er eindrucksvoll unterstrichen. Wir sind sehr glücklich. Wir haben schon viele Pferde nach Deutschland auf Rennen geschickt. Bisher konnten wir aber noch keines gewinnen. Deswegen sind wir überglücklich, erstmals in Deutschland gewinnen zu können. Der große Dallmayer-Preis ist eines von nur sieben Gruppe 1 Rennen in Deutschland. Und erstmals in dieser Saison waren in Riem Zuschauer zugelassen. Diese erlebten Weltklasse Pferde und Rennstimmung pur.